Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Blutmo- zu einer Blutmond-Event-Folge. Wir haben die Aufgabe, dem Killer ein Blutgerinnsel abzuluchsen. Schon wieder einen Geist. Bin gespannt, wie das diesmal läuft, ob das nochmal so ein Tunnelgeist ist. Na, er rennt da hinten. Und das Blutgerinnsel können wir dem Killer nur abnehmen, indem wir ihn betäuben. Ich weiß aber nicht, ob das auch unter Blendungen zählt, wenn er jemanden trägt. Okay. Scheiße, er hat sich weggedreht. Er hat sich weggedreht. Er kann sich schneller unsichtbar machen. Okay, so viel wissen wir schon mal. Ich frage es jetzt, wo ist der? Wo er wohl ist? Er ist dort. Generatoren machen. Immer Generatoren machen. Einer muss mindestens Generatoren machen immer. Hochbutt. Scheiße. Ich wollte das. Ich wollte das doch nicht. Okay. Das ging ja nochmal gut. Das ging ja nochmal gut. Meine Herausforderung habe ich auf jeden Fall fertig. Das Problem ist, er hat die Kate jetzt schon zum zweiten Mal. Und ausgerechnet dann, wenn ich den Killer betäuben muss, spielt der mit Hochmut. Ich weiß nicht, was Ja, die sollen sich erstmal heilen. Habe ich ihn gerade gehört? Da ist doch wieder der Schlumpf! Oh, das ist natürlich scheiße! Natürlich klar, dass er die Kate jagt. Gut, das war's! Ich bekomme diesen Jen aber auch nicht durch, ne? Ah, da ist er schon wieder. Er hat abgelassen? Warum hat er abgelassen? Ja, das war's! Aua! Nein, jetzt bin ich hängen geblieben! Ja, supergeil! Ach, Mist! Verdammt! Das war blöd! Das war blöd von mir! Das war einfach blöd! Wie kann man nur so blöd sein? Das war blöd! Gut! Da geht wir zu dem Jen! Windsturm-Addons hat er auch mit bei! Äh, Schattentanz! Entschuldigung! Schattentanz-Addons! Die sitzen da hinten zu zweit dran! Wahrscheinlich! Das Ding ist, ne mega starke Palette ist weg! Ah, die spielen zusammen! Die machen jetzt, ja, Adrenalin-Play! Dankeschön! Dankeschön! Mach die Scheiße auf und dann raus! 99% Tore, Alter, ey! Ich glaube, es hackt! Ich hab halt keinen Dings mit! Oh! Oh! Aua! So! Also, mehr Zeit konnte ich denen jetzt nicht, äh, mehr Zeit konnte ich denen jetzt nicht geben! Mehr war nicht drin! Mehr Zeit war nicht drin! Punkt! Ah! 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 Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Warum sind die nicht zum anderen Tor gegangen? Warum sind die nicht zum... Warum sind die nicht zum anderen Tor gegangen? Die hätten alle Zeit der Welt gehabt! Die hätten wirklich alle Zeit der Welt gehabt, um das andere Tor zu bekommen! Also, der hat auf die! nachgesehen gehabt naja egal ich würde sagen wir sehen uns auf jeden fall wenn ihr natürlich wollt in der nächsten letzte folge wieder wann ich habe zwar ursprünglich mal gesagt ich mache keine letzte folge mehr aber in letzter zeit scheint es ja einigermaßen zu gehen also es fällt mir auch nicht so schwer halbwegs anständige survivor und auf die reihe zu bekommen und aufzunehmen also vielleicht wird davon ja in zukunft wieder etwas mehr kommen also in diesem sinne vielen dank fürs zuschauen auf plate und auch tschüss Bis zum nächsten Mal.